Red Sand Zone Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Sand Zone und uns erreichen neue und schärfere Bilder von der Minecraft Beta 1.8 Version, die voraussichtlich im August erscheinen wird. Diesmal dreht sich alles um den Angriff der Superpilze und um saftige verfallene Ruinen. Kommen wir zuerst zu den Ruinen. Hier seht ihr, dass es zufallsgenerierte Ruinen sind, wo Türen, Türfragmente und Mauern zu erkennen sind, also nicht nur bloße Steingruben, wie es auch sonst gibt. Außerdem sehen wir hier eine neue Art von Steinen, das sind gemauerte graue Steine und wir sehen hier drei neue Arten von Steinen. Einmal normale, intakte, gemauerte Steine, dann bemozte Steine und außerdem noch gebrochene Steine, wie man hier unten sieht. Ja, das tut so viel zu den Ruinen. Ihr seht ja auch in einige Säulen. Das wäre ziemlich cool, wenn es sowas geben würde, denn man könnte sie zum Beispiel zu einem neuen, schönen Haus renovieren. Kommen wir nun zum zweiten Bild. Hier sehen wir Riesenpilze. Ein riesiger brauner Pilz, der schön Schatten im Sommer bildet. Also die greifen uns schon hier mächtig an. Da hinten sieht man einen riesigen Fliegenpilz. Was schön wäre, wenn man das isst, dass man dann Leben verliert, also Herzchen verliert. Und was gut wäre, dass man aus den Blöcken, die dieser große Pilz spendet, dass man daraus auch außerdem noch sich einen Mushroom-Stash, also eine Pilzsuppe, machen könnte. Ja, das waren die zwei Bilder. Ich fasse nochmal kurz zusammen, falls ihr wirklich so dumm seid und es euch nicht merken könnt. Einmal Ruinen und einmal neue Pilzlandschaften. Es gibt ja schon Schneelandschaften, Wüstenlandschaften, Tundralandschaften, Urwaldlandschaften. Was habe ich vergessen? Keine Ahnung. Und jetzt sollen auch noch Pilzlandschaften hinzukommen. Das wäre ziemlich schön. Vor allen Dingen die Ruinen fände ich sehr schön. Das waren wieder News zur Minecraft Beta 1.8. Ich werde euch in Sachen Minecraft auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Schaut bei meinem Kanal vorbei. Das war der Philipp mit F von Red Sand Zone. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017